zu dem ihr berufen seid. Regiere in eurem Herzen. Amen. Und so bitte ich Sie beide aufzustehen und ich bitte auch Sie, wenn diese beiden einander sich ihr Versprechen geben, aufzustehen und fragt jetzt weiter, nehmen Sie die beiden den Korsstrauß so lange ab, damit beide auch ihre Hände frei haben, um es sich dann gleich leidend zu tun. Vor Gott und vor dieser, seiner Gemeinde, frage ich dich, Daniel Patrick Kaiser, willst du alle Kaiser, Bohmene Wielmann, als deine Ehefrau, aus Gottes Hand nehmen, sie lieben und ehren, in guten und bösen Tagen sie nicht verlassen und alle Zeit die Ehe mit ihr nach Gottes Willen führen, bis der Tod euch scheidet, so antworte Ja mit Gottes Hilfe. Ja mit Gottes Hilfe. So frage ich auch dich, vor Gott und dieser Gemeinde, alle Kaisergebobene Wielmann, willst du, wie sie Daniel Patrick Kaiser, aus Gottes Hand nehmen, in lieben und ehren, in guten und bösen Tagen ihn nicht verlassen und alle Zeit die Ehe mit ihm nach Gottes Willen führen, bis der Tod euch scheidet, so antworte Ja mit Gottes Hilfe. Ja mit Gottes Hilfe. So reicht nun einander der Wielmann. Was Gott zusammengefliegt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, segne euren Mund. Er erhalte euch bei seinem Wort. Er schenke euch Glauben und Liebe und bewahre euch in seinem Frieden. Amen. Die Ringe, die ihr euch gleich gegenseitig anstrengt, sind ein Zeichen der Liebe. Sie haben nämlich keinen Anfang und keinen Ende. Und so soll das mit eurer Liebe auch sein. Tragt diese Ringe als Zeichen der Treue, die ohne Ende ist. Der müdterlich-fälterliche Gott sei euch nahe, in allem, was euch begegnet, auf dem Weg eures Lebens. Er umarme euch in Freude und Schmerz und lasse aus Beidem Gutes wachsen. Ein offenes Herz schenke er euch für alle, die euer bedürftig sind. Selbstvertrauen und Mut, euch verwunden und heilen zu lassen. In aller Gefährdung belade er euch Seele und Leib und lasse euer Leben gelingen. So segnen wir euch, der freundliche und liebevolle Gott. Amen. Und Sie dürfen gerne alle Platz lesen und wir wollen jetzt wieder einander von der Liebe hören. Sehr menschlich, aber so fühlen wir unsere Ehe, auch sehr für uns als Felsen. Und Sie dürfen gerne alle Platz lesen, weil ich sie nicht gehört. Danke schön, und Sie sehen, wer es ist. Kalt füßen, bitte. Macht das Hände aus dem Mittel. Stimmt. Vatalli, ja, gut! Vielen Dank.